So meine Lieben, kleine Entschuldigung von vornherein, falls ihr irgendwelche Tiergeräusche im Hintergrund hört, also Kröten oder Hunde oder vielleicht auch die Autobahn, die hier nicht allzu weit entfernt verläuft. Seht's mir nach, ich versuch's trotzdem, die Videoqualität, die Tonqualität noch ein bisschen ein Tick besser zu machen als noch im letzten Video. Ich bin aber hier weiterhin im Urlaub auf Italien oder auf Sardinien und deswegen seht's mir nach. Aber nichtsdestotrotz gab es jetzt die letzten Tage ein paar sehr interessante Entwicklungen und auch die letzten Wochen sehr interessante Entwicklungen. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir uns auch weiterhin einfach ein paar interessante Entwicklungen von Unternehmen anschauen oder von Aktien anschauen, in denen auch ich selber investiert bin und auch ihr. Und in diesem Fall geht es jetzt im jetzigen Video um die Hims und Hörs Aktie. Bevor wir hier ein bisschen tiefer einsteigen, hier gab es ja einige sehr interessante Dinge. Nochmal der wichtige Hinweis, es geht nicht mehr lang, die Aktion mit dem Zero Broker über 25 Euro Startguthaben. Wer bisher noch kein Depot hat beim Zero Broker, aber einen der Top Broker hier in Deutschland ausprobieren möchte, folgt einfach mal dem ersten Link unter dem Video und nicht vergessen den Promo-Code benutzen. Auch den findet ihr unterhalb vom Video. Ich kann es definitiv nur weiterempfehlen, das ist auch der Broker, den ich benutze und viele, viele auch aus meiner Community. Blicken wir jetzt aber direkt mal zu Hims und Hörs und der Aktienentwicklung, wie wir hier das Ganze hier im schönen Chart sehen. Da gab es natürlich nach diesem massiven Kurssprung, den wir auch hier im Chartverlauf sehen, an einem Tag ging es um über 30% nach oben, kamen auch schon viele Rückfragen, hey JD, was ist da passiert? Was ist da los? Du bist ja auch selber seit einiger Zeit in Hims investiert. Sollten wir jetzt verkaufen? Wie geht es weiter? Oder was ist hier grundsätzlich passiert? Und hier gab es wirklich tendenziell einige sehr interessante Entwicklungen. Ich habe erstmalig über die Hims Aktien eine Analyse im September 2023 gemacht, also vor knapp einem Dreivierteljahr und habe mir dann zum ersten Mal einige Aktien vor einigen Wochen ins Depot gelegt. Und damals war es schon eigentlich einer meiner Hauptaspekte, nämlich die Entwicklung von Hims und Hörs grundsätzlich als Aktienunternehmen und auch fundamental die Daten, die wir uns gleich auch nochmal anschauen werden. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur auf den Aktienkursverlauf irgendwie spekuliert, was man jetzt hier vielleicht, wenn man hier einfach nur auf den Chartverlauf blickt, einfach immer sagen kann, okay, ich kaufe oder verkaufe, nur weil hier jetzt ein schöner Trend entstanden ist. Nein, mir ging es tatsächlich viel mehr fundamental um die Entwicklungen und auch den Ausblick, den ich auch damals schon erwähnt habe, nämlich zum Punkt hin, dass sich Hims und Hörs in den nächsten Markt etablieren könnte, der sehr, sehr wichtig ist und enorm groß ist, nämlich der Markt des Gewichtsverlustes. Und hier blicke ich mal direkt rüber auf die Homepage von Hims und Hörs. Und hier seht ihr schon, hier gab es jetzt einige Entwicklungen, die auch für diesen Kurssprung hier gesorgt haben. Wir gehen dann mal kurz auf den genauen Chartverlauf ein und was das für die nahe Zukunft bedeuten könnte. Aber wichtig hier, der Hintergrund dieser wirkliche massive Kurssprung hat eigentlich mit einem neuen Produkt zu tun, den jetzt Hims auch anbieten möchte, nämlich hier in dem Bereich, könnt ihr sehen, Compounded Semagludit. Und zwar das Ganze kann man sich dann im Endeffekt so ein bisschen auch als Spritze injizieren. Der Markt ist im Moment dominiert von zwei Anbietern. Also ihr seht hier Osampec und ihr seht Vegofy. Das sind praktisch im Endeffekt zwei Mittel, die man sich spritzen kann. Ähnlich wie auch jetzt hier dieses neue Produkt. Ich gehe gleich nochmal auf die Unterschiede ein, aber ganz wichtig, diese zwei Produkte sind, ich sage mal, Brandnames. Und ihr seht auch schon hier von der Preisgestaltung 1900 US-Dollar pro Monat oder hier bei Vegofy sind es 2600 Euro pro Monat. Das kann sich nicht jeder leisten. Und selbst bei so hohen Preisen, die ja hier aufgerufen werden für diese Produkte, ist die Nachfrage enorm in den USA. Um entsprechend hier auch Gewicht zu verlieren. Aber grundsätzlich geht es hier tatsächlich darum, dass hier in diesem enorm stark wachsenden Markt sich jetzt hier HIMSS nochmal speziell platziert mit einem neuen Produkt. Und diese beiden Produkte hier seht ihr schon, sind out of stock. Das heißt, es gibt zwar hier diese Brandnames, die sind aber jetzt von den Herstellungskapazitäten bei weitem nicht da angelangt, wo der Markt tatsächlich die Nachfrage sieht. Das heißt, die Nachfrage ist ein zigfaches größer, als aktuell diese Produkte hergestellt werden können. Und da gibt es jetzt in den USA eine ganz besondere Regelung. Die ist jetzt eben erlaubt bei Produkten oder im pharmazeutischen Bereich und Medikamenten, wenn diese eben nicht in genügender Kapazität hergestellt werden können von den Herstellern. Dann, also zum Beispiel hier Novo Nordisk bei Sampic, wenn die eben nicht in genügender Kapazität, nicht mit genügenden Volumen dieses Produkt herstellen können, dann dürfen bestimmte Apotheken oder auch Großapotheken, wie es die in den USA gibt, können dann selber Mittel anmischen, die dann dementsprechend praktisch diesem Produkt ähneln oder sehr stark dann praktisch auch inhaltlich, also praktisch über den Medikamententyp her sehr stark inhaltlich auch widerspiegeln. Im Endeffekt würde das sonst außerhalb, wenn es jetzt diese Regelung nicht geben würde, würde sofort Klagen hageln von hier Novo Nordisk. Aber hier stützt sich jetzt HIMSS auf eine ganz spezielle Sonderausnahme, nämlich tatsächlich, wenn hier diese Produkte eben nicht in genügender Quantität auf den Markt gebracht werden können, darf man zu ganz spezifischen Bereichen und ganz spezifischen Medikamenten, die auf einer speziellen Liste landen, ja, dann darf man selber mit irgendwelchen Apotheken zusammenarbeiten und diese dann, ich sag mal, selber über diese Apotheken herstellen lassen. So etwas ähnliches haben wir auch in Deutschland im Hinblick, wenn es Medikamente gibt, die man direkt in der Apotheke zusammenmischen lässt. Das ist jetzt hier in den USA nochmal ein bisschen was anderes, weil dort gibt es wirklich so Großhersteller, die dann so apothekenmäßig einfach so spezielle Mischungen herstellen. Und das hat hier jetzt eben für diese massiven Schlagzeilen gesorgt und dann eben für diesen massiven Kurssprung. Ich muss euch dazu ehrlicherweise sagen, dass mich dieser sehr starke Kursanstieg dann doch schon überrascht hat, vor allem aus der Hinsicht, dass es jetzt nichts komplett Überraschendes ist, was jetzt von HIMSS gekommen ist. Die haben schon seit einiger Zeit gesagt, dass sie genau in diesen Markt vorstoßen werden. Wir alle wissen eigentlich, auch die ganzen Analysten wissen, wie groß dieser Markt ist, wie schnell er sich entwickelt. Und deswegen war für mich tatsächlich diese enorm starke Kursreaktion über 30 Prozent an dem Tag tatsächlich überraschend. Aber dieses Chartbild, was wir jetzt auch hier sehen, also wirklich ein extrem starker Spike im Aktienkurs mit einem extrem hohen Volumen, das seht ihr jetzt zwar hier nicht, aber das war tatsächlich ein Volumen, was praktisch neue Rekorde gesetzt hat. Und danach ein Abflauen des Aktienkurses bei gleichzeitig sinkendem Volumen schließt eigentlich darauf, dass wir tatsächlich hier weiterhin einen sehr positiven Trend sehen könnten. Die Frage ist, ob wir hier dieses Gap schließen oder nicht. Mich würde es freuen, dann könnte ich vielleicht nochmal ein paar Aktien ins Depot legen. Also wenn wir hier dann praktisch auf etwa 14 US-Dollar 52 oder insgesamt auf 14,50 US-Dollar sinken würden, dann wäre das Gap geschlossen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, egal ob wir von hier aus weitergehen oder erst das Gap geschlossen wird, grundsätzlich ist das Chartbild sehr, sehr positiv. Wir sind auch hier kurzzeitig in einem extrem überkauften Bereich gewesen, sind jetzt runtergekommen und eigentlich spiegelt sich hier aus allen Signalen für mich ganz persönlich eher ein positives Kursbild da. Und wir würden meiner Ansicht nach, wenn die Gesamtmärkte mitmachen, dürften wir auch bei der HIMSS-Aktie in den kommenden Tagen, vielleicht auch in den kommenden Wochen eher steigende Aktienkurse sehen. Vor allem wird das ja eben auch untermauert durch dieses neue Produkt, was ja eigentlich an sich nicht überraschend ist. Aber grundsätzlich muss man hier auch eben sagen, dass hier, wenn man mal auf die Fundamentaldaten blicken, dann ist für das Wachstum hier von den Analysten noch einiges an Platz. Also wenn wir allein die Mitgliederanzahl uns anschauen, die dieses neue Medikament mit sich bringen würde, das heißt die ganze HIMSS-Aktie ist ja darauf ausgelegt, dass man hier tatsächlich ein extrem starkes Mitgliederwachstum hat und dieses Mitgliederwachstum dann eben dafür sorgt, dass dann auch die Umsätze steigen, die Gewinne steigen und so weiter. Das heißt, dieses neue Produkt wird eben dazu führen, dass eben auf die HIMSS-Plattform viel mehr Kundschaft neu dazukommen wird. Und wir sehen das jetzt auch schon in den App-Stores, dass jetzt die Apps von HIMSS und von HERS massiv in die Top 10 hinaufsteigen seit dieser Ankündigung. Wir sehen in diversen Formen, wir sehen auf Twitter, dass jetzt ganz viele bereits mit diesen ersten Gewichtsverlustprodukten schon hantieren. Man muss hier auch dazu sagen, extrem schnell eingeführt von HIMSS und HERS ist das etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also wirklich diese extrem dynamische Entwicklung, diese extrem dynamische Produkteinführungen. Und man erkennt dann irgendwo, okay, hier haben wir jetzt eine Möglichkeit, uns neu zu platzieren. Und man führt das Ganze dann auch ohne große Wartezeiten durch. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall für das Management und das spricht auch grundsätzlich für die HIMSS-Aktie, dass man eben sehr, sehr agil sich bewegt. Das heißt, wenn man auf dieses kurz- und mittelfristige Chartbild schaut, dann ergibt sich meiner Ansicht nach hier allein aus charttechnischer Hinsicht, aber auch aus fundamentaler Hinsicht einiges an Spielraum noch, das die Aktie weiter zulegt. Als ich die Aktie gekauft habe, hat ja eine Person bei mir im Forum auch geschrieben, ich wollte eigentlich schon Gewinne mitnehmen, aber jetzt habe ich gesehen, dass du die Aktie gekauft hast. Ich warte noch ein bisschen. Die Frage wird also irgendwann sein, wann nimmt man Gewinne mit bei der HIMSS und HERS-Aktie? Und da gibt es vielleicht jetzt einen interessanten Aspekt, nämlich wissen wir, dass jetzt hier vor allem Novo Nordisk für das Jahr 2026 eher rechnen, dass man dort entsprechend diese Produkte erst komplett auf den Markt, ich sage mal, mit genügenden Umfang wird bringen können. Das heißt, Osampic und Vegofy werden auch noch die nächsten 24 Monate relativ knapp auf dem Markt vorherrschen und das wird eben der HIMSS-Aktie, diese 24 Monate werden ein Zeitfenster öffnen, wo man sich eben sehr erfolgreich hier etablieren kann. Und am Ende kann es eben sein, dass dann, selbst wenn man dann nicht mehr dieses eigene Produkt anbieten wird, dürfen, weil in dem Moment, wo hier Osampic oder Vegofy dann auf dem Markt, ich sage mal, zu genügenden Umfang vorhanden sind, dann verliert auch im Endeffekt HIMSS die Möglichkeit, hier sein eigenes Hämagglutid-Medikament sozusagen herzustellen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Es ist nichts Dauerhaftes. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt HIMSS dauerhaft irgendwie die zwei großen Marktanbieter hier mit irgendwelchen 199 US-Dollar angeboten massiv, und wenn man das nicht undercutten darf oder wird, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es ist eine temporäre Möglichkeit, aber diese temporäre Möglichkeit bringt einem eben auch dazu, vielleicht grundsätzlich hier sich auf dem Markt zu etablieren als die Plattform, wenn man irgendwie mit Gewichtsverlust irgendwas hantieren möchte und wenn man langfristig dann eventuell doch zu Osampic rübergehen will, dass man das Ganze vielleicht trotzdem dann über die HIMSS-Plattform macht und nicht irgendwie zu seinem Doktor vor Ort geht, sondern alles online durchführt. Das heißt, kurzfristig muss man eben sehen, dass dieses Medikament nichts ist, was man dauerhaft selber herstellen wird, dürfen, aber es ermöglicht einem eben sehr, sehr viele Member neu auf die Plattform zu holen, mit denen man dann entsprechend vielleicht auch langfristig einfach rechnen kann, mit denen man auch langfristig seine Plattform weiter zum Wachsen bringen kann und dann vielleicht auch zu Crossbuys eben führt. Das heißt, eine Person, die vielleicht dann erfolgreich Gewicht verloren hat über die Produkte von HIMSS und dann sich entsprechend auch stellt, okay, jetzt möchte ich hier etwas gegen meinen Haarausfall tun. Ja, ich möchte einfach wieder ein bisschen besser aussehen, nicht nur vielleicht vom Volumen her, sondern auch mit den Haaren auf meinen Kopf oder ich möchte auch in anderen Bereichen einfach wieder fitter sein oder aktiver sein, dann dürfte sich das Ganze eben auch von den Crossbuys langfristig extrem positiv für die HIMSS-Aktie auswirken, selbst wenn man dieses Produkt nicht dauerhaft eben in dieser Form wird anbieten können. Es wird aber einen Punkt geben, wo man vielleicht dann tatsächlich Gewinne mitnehmen könnte, nämlich dann, wenn die Analysten tatsächlich alles eingepreist haben. Das sehe ich im Moment noch nicht, also sehe ich hier tatsächlich noch einiges an Aufholpotenzial auch in den, ich sag mal, in den Revisionen von den Analysten von HIMSS und HERS. Also wenn man ja hier rüber geht, dann sehen wir, die Analysten gehen schon seit Monaten immer weiter hoch und hoch in ihren Schätzungen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das war vielleicht auch die Kursreaktion, die wir auch hier gesehen haben, dass eben noch nicht das ganze Potenzial, was eben auch dieser größte Markt mit diesem Gewichtsverlust-Medikamenten mit sich bringt, der ist eben noch nicht komplett meiner Ansicht nach auch in den Analysten-Schätzungen mit drin und das könnte eben für die nächsten zwölf Monate eine weitere Rallye bei der HIMSS und HERS-Aktie bedeuten. Ich selber werde definitiv meine Aktien weiter halten, vielleicht auch mir noch ein bisschen was dazulegen. Und jetzt nicht vergessen, ganz wichtig, 25 Euro sichern mit dem ersten Link unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Bye in CD. Ciao.